Hallo meine Lieben, ich freue mich heute euch zu begrüßen zu einer neuen Video-Serie und es fällt mir schwer, gerade drum, weil ich gemerkt habe, dass bei dem letzten Video auch fast keine Kommentare da waren, obwohl ich gebeten habe, um Ideen und auch Mitwirken, das Mitwirken des Zuhörers, diejenigen, die aus sich freuen, das Wort Gottes zu hören. Es ist sehr schwierig darüber zu sprechen und es fällt auch nicht so leicht, gerade weil viele das Wort in den Mund des anderen verdrehen und es entstehen Spannungen und Spaltungen, gerade wenn es um etwas geht, was sehr wichtig ist. Meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich lese heute mal was euch vor und ich möchte, dass ihr euch Gedanken macht darüber und es auch ernst nimmt. Ich möchte dieses Thema auch von mehreren Seiten beleuchten und ich denke, hört es bis zu Ende an und entscheidet ihr, was ihr damit dann anfangt. Ich würde 1. Korinther 9 mal lesen, die 1. 15 Versen. Da war Paulus in einer sehr schlechten Situation und es ging ihm auch ein bisschen um gewisse Rechte. Das sind keine von Gläubigen bestimmte Rechte, sondern es sind Rechte, die Gott eigentlich bestimmt hat und möchte, dass wir mit diesem Recht auch leben. Es ist sehr wichtig. Lasst mich das mal lesen. Das schreibt hier Bin ich nicht frei, bin ich nicht Apostel, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn gesehen, seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für anderen kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder haben allein ich und Barnamas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sollt? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dich etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst den Ochsen, der dich da trischt, nicht den Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unser Willen? Denn es ist um unser Willen geschrieben, dass der Flügel, Flüger auf Hoffnung flügen und der dreschende Dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Wenn wir aus dem Geistliche gesät haben, wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist das das Großes, worin wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir das Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Denn wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil vom Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigt, verordnet, von Evangelium zu leben. Nein, ich aber habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Meine Lieben, ich kann mich nicht vergleichen mit einem Apostel. Aber auch egal, welcher Prediger es ist, ist ein Werkzeug im Leib Christi, wenn er zum Leib gehört. Wir wissen eins, und das ist sehr wichtig. In Römer 10, 14, da sagt Paulus, wie sollen sie hören ohne Prediger? In Römer 10, 17, sagt Paulus deutlich, so kommt das Glaube aus der Predigt. Auch nicht ihr und keiner von uns würde ohne das Hören des Wortes Gottes nicht wirklich zum Glauben kommen. Keiner, nicht ich und nicht den anderen. Und das gehörende Wort, was durch den Glauben angenommen ist, was auch ein Geschenk Gottes ist, das wirkt das neue Leben in uns. Es ist sehr richtig, Paulus sagt deutlich, dass es gibt viele leider, auch heute, die eigentlich das Glauben des Anderen zu Nütze macht, um sich selbst zu bereichern. Ich habe noch nicht Gebrauch gemacht, das kann ich mit Paulus auch sagen. Aber dennoch habe ich es gewagt, jetzt anzusprechen. Und so tun viele mir den Rücken zeigen. Und deswegen möchte ich hier deutlich mal darüber sprechen, um euch auch die Augen zu öffnen, es geht hier nicht um, dass ich reich werde. Sondern es ist um die Ermöglichung des Wortverkündigungs, nicht nur an euch, sondern an mehrere Menschen, die auch mal im Internet ströben, die auch mal an sich einer CD freuen, oder auch an Schriften freuen und auch neue Themen, auch seelsorgerischer Bereich, wo man viel anruft und fragt und ihre Last abtragen möchte und Fragen haben über Sachen, was sie eigentlich aus dem Wort Gottes nicht verstehen. Die Tatsache ist, dass Gott hat von Anfang an bestimmt das Gesetz verlangte von allen Israeliten, dass sie den Zehnten ihrer Einkünfte und Einträge der Stifthüte oder der Tempel vermachen. Das ist in 3. Mose 27, 30 nachzulesen, 4. Mose 18, 26, 5. Mose 14, 28, in 2. Chronik 31, 5 und, und, und. Es war von Gott verordnet, dass diejenigen, die wirklich nur in dem Werk des Herrn tätig sind, sollen von dem Volk auch unterstützt werden. Die sollen sich um nichts anderes kümmern. Die sollen keine weltlichen Sorgen haben, weil einer, der solch ein Amt tragen soll, der hat auch nicht die Zeit und nicht die Möglichkeit, um sich um die Weltliche zu sorgen. Man kann sagen, ja, aber Gott hat gesagt, wer Gott an Gott vertraut, der, für den sorgt Gott. Aber sorgt denn Gott nicht auch durch den Volk? Sorgt denn Gott nicht nicht durch die Gläubigen? Sorgt Gott nicht durch die Gemeinde? Oder lässt er Pakete vom Himmel runterfallen, dass derjenige, der für den Tempel geweiht ist, auch ein bisschen überleben kann? Oder muss er Steine im Brot verwandeln, dass derjenige, der für den Tempel arbeitet, arbeitet, auch leben kann? Ja, und es ist richtig, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz. Aber wir leben unter dem Gebot der Liebe. Und Paulus sagt deutlich, auch in 1. Korinther 16, 1, 2, dass der Teil des Einkommens jeder zur Unterstützung der Gemeinde und wenn er über die Gemeinde spricht, spricht er über die Prediger, über diejenigen, die das Wort verkündigen, über diejenigen, die die Herde leiten und begleiten. Das sollen sie zurücklegen. Und natürlich, das Gebot der Liebe sagt, dass das, was nach meinem Gedünken, wieder in 1. Korinther 16, nach das, was ich denke, das, was mir üblich bleibt, das, was ich abgeben kann, ohne dass ich dabei verhungere, das soll ich mit Liebe geben und zwar nicht für den oder die, sondern für den Herrn. Weil mein Rechter soll nicht wissen, was mein Linke tut. Und jeder einzelne Christ müsste wirklich ernsthaft vor Gott stehen und Weisheit erbitten, wie und wo er wirklich helfen soll. Das sagt Jakobus in 1, 5. In 2. Korinther 9, 7 sagt Paulus jeder gebe, wie er sich in seinen Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder Auszwang, denn ein fröhlicher Geber liebt Gott. Kein Prediger, der für Geld predigt, ist natürlich von Gott. Aber kein Prediger, der seine Zeit für die Predigt vornimmt, kann in dieser Welt bestehen, weil alles kostet was. Du kannst als Prediger nicht reingehen zu Lieder und sagen, ich tu dir was predigen, gib mir ein Stück Brot. Oder lass mich wohnen, ich tu dir jeden Tag eine Predigt schicken, lass mich dafür umsonst wohnen. Weil auch ein Prediger hat Anteil an dieser Welt. wir leben im Fleisch und Blut in dieser Welt, wo bestimmte Gesetze sind, die man nicht fliehen kann, entfliehen kann. Und wenn Paulus sagt, einer trage die Last des Anderen, dann meint er auch, dass wir füreinander da sind. Die Predigen entstehen auch nicht so, dass ich mich hinsetze, mal eine Stunde meine Predigt loslasse und dann gehe ich weiter und mache mein Zeug. Sondern da steht auch Gebet und Vorbereitung dahinten. Und außerdem, wie soll man eigentlich auch andere erreichen, wenn niemand ein Mittel dafür zu Verfügung setzt. Wenn jeder gleich sagt, oh, der ist geldgeil geworden, der will reich werden. Meine Lieben, man kann es prüfen. Ist mein Wort aus Gott? Ist mein Wort standhaft? Sind Leute wirklich denen das Wort, was man verkündigt, auch erbaut, ermahnt? Meint er es ernst oder er meint wirklich jetzt lass mich dabei was verdienen. Und meine Lieben, ich muss auch sagen, ich habe genau so viel Rechte wie andere, auch wenn ich nicht ein Doktor Professor bin und ich möchte nicht bereicht werden. Ich möchte mir keine Villa, ich möchte hier auf dieser Erde gar nichts. aber die Gabe, die Gott mir geschenkt hat, möchte ich als Werkzeug in seiner Hand erfüllen können. Und ist die Frage, wie denkt Gott darüber? Gott hat auch andere Wege und das weiß sich und ich vertraue früher oder später. Entweder macht er Türen auf oder Türen zu und die öffene Türe werde ich auch gehen. Aber genau so, wie Paulus das Recht hat zu sagen, hat jeder das Recht zu sagen, nicht nur, dass man geldgeil ist, sondern dass durch dich diesen Spruch dich selbst versündigst. Wer der der ernten möchte, soll an den denken, der sieht. Es kommt, es kommt tatsächlich, das Glauben kommt tatsächlich durch das Wort Gottes. Und wenn wir keine Prediger haben, wer wird dann noch zu glauben kommen. Meine Lieben, es steht nicht in meiner Vollmacht für euch zu entscheiden. Es ist auch kein Gesetz und kein Pflicht, sondern es ist das, was Jesus gesagt hat, auch seinen Jüngern, ein neuen Gebot gebe ich euch. Man kann auch sagen, ja, es gibt ein Sozialamt, geh dahin und mach Antrag, dann hast du von der Stadt Geld und dann kannst du daraus leben. Als Jesus den Gleichnis gegeben hat über die Hochzeit und die Eingeladenen, da haben die Eingeladenen alle eine Ausrede gehabt. Welche Ausrede hast du? Der eine war frisch verheiratet, der andere musste jemand beerdigen, der andere hatte sich gerade eine Kuh gekauft. Welche Ausreden habe ich denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nur überrascht, dass so wenige eigentlich zumindest Ideen oder Beihilfe leisten würden zum Beispiel bei Abschreiben von Videos oder Kopieren von CDs und die zu brennen oder was auch immer. Wenn man was bietet, dann wird man sofort angegriffen. Und ich frage euch, ist es wirklich ein Wandel in Liebe? 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 Ich habe schon abgehackt und ich will von euch nichts mehr in dem Sinn. Wenn ihr von Gott geleitet seid, dann ist das seine Sache. Dann freue ich mich. Aber ich möchte diese Art von Wort Wandel, dass jemand Geld geil ist. nicht für mich in Gebrauch lieben. Ich freue mich, dass der Herr trotz allem doch Geschwister gegeben hat, die wirklich mich auch stärken. Wisst ihr, dass ein Prediger braucht auch Erbauung. Er braucht Zuspruch. Er braucht Gebete. Er braucht Seelsorge. Er braucht auch Leute, die ihm fröhlich machen. weil ein Prediger ist genauso ein Mensch wie du. Nur er hat die Gabe erhalten, das Wort zu verkünden. Oder zu singen. Oder was anderes als im Werk des Reich Gottes zu machen. Und alles ist sehr richtig. Und wenn wir nicht aufeinander achten, sollen wir uns auch nicht wundern, dass Gott uns alles wegnimmt. Sollen wir uns nicht wundern, dass wir das nicht mehr haben und das nicht mehr haben. Es ist auch wie Paulus hier sagt, es ist ein Gebot Gottes. Es ist der Wille Gottes. Und nicht meiner und nicht einem jeden Prediger, der auf der Reise ist, um das Wort wirklich zu verkündigen. Sei es in YouTube oder sei es wo anders. Und wenn das Wort für mich eindeutig aus Gottes Mund kommt, dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich werde mit YouTube nicht aufhören, egal auch, wenn die ganzen Abonnenten weggehen. Ich werde das auch weitermachen, auch wenn ich nicht in keinerlei Unterstützung kriege. Und ich werde auch CDs machen und ich werde auch drucken und ich werde auch das verteilen. da das, was Gott mir als Amt gegeben hat, weiß ich, dass niemand wird es verhindern können. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen, überlegt euch das Ganze und denkt nach, ob ihr jetzt das Raum gibt, den Teufel in euren Herzen und es negativ aufnimmt oder wirklich vor Gott geht und ihm frägt, wie es weiter gehen soll. Ich freue mich für jede Zufel. Ich freue mich für jeden Einzelnen von euch, ohne oder mit Spende oder Unterstützung. Weil diejenigen, die es nicht können, die unterstützen mich im Gebet und das ist auch sehr wichtig. Jeder, wer es gekriegt hat, jeder, wie es hat. Aber wenn Spaltungen in einer Gemeinschaft ist, diese Gemeinschaft wird nicht bestehen. Das hat uns auch Jesus deutlich gemacht. Und wir sollen nicht alles negativ erfassen. Wir sind nicht aus dieser Welt und wir wollen nicht so wie diese Welt leben. Es ist eure Entscheidung. Geht in der Stille und lasst euch wirklich leiden. Der Herr segne uns alle, euch alle und ich freue mich über eure ehrliche Kommentare. an.